Audi, unsere Rothaut hat heute das Spaltballort gegraben und sich auf den Schieferweg begeben. Danach war nicht mehr ganz klar, ob er noch weiß, welche Aufgabe er eigentlich erfüllen soll. Denn er ist in einem weiten Bogen, fernab des eigentlichen aufgetragenen Weges. Fröhlich die Berge rauf und runter, dass es eine Freude war, bis ein tapferes Streitpony scheute, da es einen Spitzenstein in der Hinterhand hatte. Da wurde ihm auch wieder klar, dass er in Auftrage seines Stammes unterwegs war, die Kodexe zurück zu dem letzten gestreiften Totempfahl zu bringen. Er hat Halt gemacht in Schlebe und dort am Dach gefunden und wird morgen versuchen, sich dem gestreiften Totempfahl zu nähern. Folgen wir auch morgen wieder einer spannenden Folge aus der Serie Gore-Tex-Strumpf, frei nach den Motiven von John Fenimore Cooper. Tschüss Leute, bis morgen.